Pack die Badehose ein, nimm deinen kleinen Schwesterlein und dann ist wir raus nach Wannsee. Ja, wir raden wie der Wind durch den Grunewald geschwind und dann sind wir bald am Wannsee. Während man am Wannsee die Badefreuden als Ansturm der Massen erlebt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020